In der Landwirtschaft gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um mit erneuerbarer Energie Strom zu erzeugen. Die technologische Weiterentwicklung sowie Erforschung neuer Energietechnologien macht die Energieerzeugung und Speicherung immer preiswerter. Das kommt jetzt darauf an, was für ein landwirtschaftlicher Betrieb das ist, ob es jetzt zum Beispiel ein Gartenbaubetrieb ist, der das Gewächshaus heizen muss oder ob es ein Milchwirtschaftsbetrieb ist. In Salzburg haben wir hauptsächlich die Milchwirtschaftsbetriebe und die brauchen für die Melkzeiten in der Früh und am Abend viel Strom und eben auch für die Fütterung oder eben im Sommer auch für die Heutrocknung, wenn sie das Futter konservieren wollen. Was jetzt speziell Energie angeht und mit den heutigen Technologien ist es am einfachsten mit der Photovoltaikanlage, dass man direkt Strom erzeugen kann und aus diesem Strom dann wieder alles Mögliche machen kann. Landwirt Manfred Siller aus Schäffau am Tennengebirge macht seit 25 Jahren biologische Kreislaufwirtschaft. Wir wirtschaften ca. 20 Hektar Grünland, haben neben der Landwirtschaft, wo wir vorwiegend Rinder haben, aber auch Dammwildgatter und Kleintiere für Urlauber am Bauernhof. Wir haben neun Gästezimmer und einen Tourismusbetrieb. Kreislaufwirtschaft ist uns nicht nur auch im Energiesektor wichtig, möglichst viel Energie auch selber zu produzieren und zu verbrauchen, sondern auch in der Landwirtschaft. Also den Großteil, den wir hier produzieren, an Fleisch gänzlich wird auch hier geschlachtet und im Betrieb vermarktet bzw. ab Hof vermarktet. Schon vor rund 20 Jahren hat sich Manfred für eine Photovoltaikanlage entschieden und war in der Größenordnung einer der Vorreiter im Tennengebirge. Hier haben wir eine relativ große Photovoltaikanlage für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das ist deswegen, weil an den Betrieb auch ein Gasthaus angeschlossen ist und natürlich da über die Küche, über die Kühlung große Verbraucher auch da sind. Zu dieser Zeit hat es in dieser Größenordnung noch keine Anlage für so ein Gebäude gegeben mit 32 auf 32 kW Leistung und es war schon ein gewisses Risiko dazumals, das umzusetzen und wir waren auch den ersten Winter schon etwas nervös, ob die Energie wohl ausreichen wird, um die Zimmer warm zu bekommen und auch warmes Wasser zu produzieren. Aber es hat wirklich anstandlos funktioniert. Vor dem Kauf einer Photovoltaikanlage sollte man sich vor allem gut beraten lassen. Die Grundvoraussetzung in der Landwirtschaft ist, dass wir große Dachflächen brauchen, wo wir die Anlagen montieren können und die ist eben bei den meisten Betrieben ohne weiteres gegeben. Die Informationen, wie man so eine Anlage dann realisieren kann, kann man sich informieren bei der Landwirtschaftskammer oder eben auch bei der Energieberatung vom Land Salzburg. Dass sich eine Photovoltaikanlage rechnet, zeigt Manfred in eindrucksvoller Weise. Zusammengerechnet mit der Einsparung, was wir selber nutzen, können wir mittlerweile von einer Energiekosteneinsparung von rund 40 Prozent sprechen, den Bereich Strom betreffend. Was würde ich anders machen? Ich würde mir wahrscheinlich von vornherein überlegen, wo könnte man eine noch größere Anlage montieren. Vor fünf Jahren hat sich Manfred Siller für eine Heutrocknungsanlage entschieden. Wie diese genau funktioniert und ob es die richtige Entscheidung war, das sehen Sie hier bei World Changer ab 17. September.